hallo und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute ist es schon weihnachten oder was soll diese box heute zu einer kurzen geschichte der zeit bzw meiner motto masters of the universe vintage sammelhistorie ja was ist denn da schönes drinnen diese kiste habe ich erst vor kurzem aus dem keller geholt weil ich eben wie auch schon mal betont habe umgezogen bin was der geneigte zuseher auf den ersten blick sieht es handelt sich hier primär um new adventure figuren das bedeutet ich habe tatsächlich noch alle new adventures figuren außer die letzte wave also so wie das brach oder flock aus dieser wave hier habe ich nicht alle figuren hier habe ich den heidron hier habe ich den huf und eben den skeletor und himmel glaube ich aber ich habe zwei drei figuren nicht er da war mein interesse auch schon weg und ich fand die figuren auch nicht gut ja in wahrheit ist auch ist auch dieser gesellige nicht das gelbe vom einem vergleich zum ursprünglichen flog oder prag oder wie auch immer ja aber was haben wir denn hier für schätze einen orko einen prinz adam der praktisch macht okay ein arm und jetzt auch meine arms haha wahnsinn wie hier die gags die gags fliegen ein skeletor eine zauberin oder neudeutsch auch sorcerers genannt bin ich ein riesen fan von dieser figur ein jahr das wusste ich gar nicht mehr cool ja wir suchen die kiste tatsächlich jetzt gemeinsam durch nein wahnsinn too bad habe ich auch noch unglaublich unglaublich was ich hier tut so moment wir sind es gleich meine lieben zu sehr zuhörer abonnenten also alle sieben stück davon glaube ich sind aber mindestens sechs mami und papi spycore wie gesagt so huf sagittar aber wie hieß denn der bei uns der hat doch einen anderen namen gehabt oh der viel der viel gerühmte lisor jetzt gerade ohne helm in den classics nie erschienen immer gewünscht bleibt eine coole figur aber ich schweife wieder einmal ab so jetzt ist tatsächlich die frage sind das alle figuren und es dürften alle figuren sein die ich von den vintage vintage masters noch habe so too bad das too bad jetzt umgefallen ist so machen wir es einfach so ich habe mir das vorher natürlich wie so oft nicht überlegt der eine oder andere könnte darauf kommen warum ich gerade diese figuren auswahl getroffen habe und warum gerade diese damen und herren sozusagen die große die große masters of the universe vintage reinigung säuberung überlebt haben das hat einen ziemlich banalen wie auch einfachen hintergrund im damaligen masters of the universe werbemagazin eben um die new adventures vorzustellen gab es ja noch die eine oder andere seite auf eternia wo eben die reise von prince adams also he-man nach primus dann geschildert wurde und das sind genau die figuren die in diesem werbemagazin vorkommen ich weiß es noch als wäre es gestern gewesen dass meine überlegung war naja es bricht eine neue ära an die alten figuren brauchen wir nicht mehr und natürlich masters hatte sich auch ein bisschen überlebt das muss man schon sagen ich kann mich gut erinnern dass ich zum einen wir hatten ja viele italien urlaube und ich kann mich gut erinnern dass ich zum einen damals die powers of great skull saurier wirklich furchtbar gefunden habe und auch die riesen haben mir nicht gefallen aber auf den art auf den art bags auf den card bags auf dem artwork waren ja auch figuren drauf so wie hero oder wie heißt die sherala irgendwie so also eine tila eine tila variante wenn man so möchte ähm und und eldor und ich habe natürlich in diesen italien urlauben dann nach den figuren gesucht weil mich haben die figuren interessiert ich wusste natürlich damals nicht dass die nie herausgekommen sind ich weiß auch noch wie dann dann den spielwaren geschäft man hat ja damals ohne internet und ohne info nicht gewusst ist masters jetzt zu ende und ähm nachdem ich äh das eternia place das einziges also in der wenigen dinge von masters nicht hatte und damals auch selbst schon empfunden habe ich bin eigentlich zu groß dafür und eigentlich es gefällt mir auch nicht ich habe es auch nicht verstanden was das darstellen soll weil eternia war für mich die hauptstadt und der königspalast also was waren das für komische türme äh was war das für ein für ein für ein neues castle greyskull äh aber dazu vielleicht ein anderes mal mehr äh das hat mich nicht mehr interessiert und wenn man die spielwaren geschäfte abge abgegrast ist hat man auch so two bags oder three bags oder eben ähm ja einfach wo figuren wirklich verramscht worden sind gefunden mehr aber nicht man sieht auch gerade dass prinz adam hat ähm keinen urteil mehr und achtung das wird jetzt was nur was für harte nerven da bin ich mir nicht sicher sind das die spuren aus dem keller oder war das nicht schon immer so sogar vorher ja also da hat doch einiges mitgemacht ähm ja kommen wir ganz kurz zum punkt noch einmal ähm meine überlegung war new adventures figuren sind das neue a und o und ich werde nie wieder ein interesse haben mit den vintage masters zu spielen oder diese zu sammeln oder haben zu wollen und so habe ich damals tatsächlich und ich hatte wirklich fast alles ich hatte alle burgen ich hatte fast alle fahrzeuge ich hatte eben auch sehr viele obskure sache die es teilweise in dem ausland gegeben hat wie eben das slime pit wie eben diese diese laser kanone die durch einen lichtstrahl ausgelöst worden ist wo dann sich die plattform bewegt hat und skeletor eben runtergefallen ist ähm ich hatte wirklich alles und ich habe das damals dann in den second hand shop wieder so schön heißt gegeben und um für 5000 shilling verkauft 5000 shilling war natürlich äh ende der 80er anfang der 90er durchaus viel geld ähm ja rückblickend natürlich ja es sind ja lauter lose figuren gewesen da wäre ich nicht reich geworden aber aber tatsächlich ja rückblickend hat sich auf jeden fall nicht ausgezahlt äh die figuren zu verkaufen muss ich einfach sagen das ist einfach äh ja ich glaube das haben viele von uns durchgemacht einfach äh eltern verwandte sagen ja da bist du schon zu groß dafür und es stimmt also verkauft das doch und gibt das geld für andere sachen aus ja in meinem fall aber ich befürchte ich war das dann die turtles oder auch ein paar next generation ähm also star trek figuren ich bin also nicht klüger geworden ähm die turtles sind anscheinend verschollen muss ich mal schauen aber ich sie noch nicht irgendwo habe ähm das gleiche gilt auch für next generation ähm ja jedenfalls für mich ein schlechtes investment gewesen weil natürlich äh man wirft das gute guten geld schlechten nach und und ja es hat sich nicht ausgezahlt und es betrübt mich bis heute und vor allem mich betrübt dass ich halt diese auswahl habe ja nichts gegen orco nichts gegen manned arms nichts gegen prince adam nichts gegen die sorcerers ich weiß noch genau ich habe mich so gefreut wie die damals erschienen ist weil die halt aus dem filmation cartoon bekannt und ich hätte nie damit gerechnet dass mattel sie endlich raus bringt das gleiche gilt auch für king randor der mich nur aufgrund seiner rüstung etwas verwirrt hat ja man sieht die flügel es funktioniert noch großartig ja die figur kann natürlich heute nicht mehr mithalten mit mit der aktuellen sorceress und den aktuellen figuren allerdings wo sie schon mithalten könnte ist mit einer aktuellen origins shearer vom gesicht her und natürlich auch einer super 7 shearer also diese figuren sind ja doch tatsächlich leider ein wenig gruselig und apropos hier vergleichen wir mal ich meine natürlich das ist schon ein bisschen fortgeschrittener ja aber so wirklich so wirklich toll ist das jetzt nicht also der der fortschritt sind andere maße andere andere dimensionen also also nicht nicht im wortwörtlichen sinne ätheria eternia sondern einfach die größten unterschiede meine ich hoho ja ich möchte tatsächlich noch ein paar vergleich videos machen von figuren die ich halt in allen reinkarnationen das ich raus bekomme habe wie prince adam wie orcum man sieht hier der hat auch schon bessere zeiten hinter sich ja ich habe sicherlich öfters das sieht man gut an den ohren den hut abgenommen weil ich das irgendwie cool fand und ich fand überhaupt cool also ich meine irgendwann war es dann zu viel sei es in den hörspielen oder vor allem im cartoon dass man nicht mehr ausgehalten hat aber ja also bis heute ich bin ein großer orcufan habe hier auch alle varianten ja meine dams damals noch ohne bart irgendwie für mich ist dieses gesicht komplett verschmolzen mit den hörspielen also das ist für mich der hörspiel meine dams und wenn man es jetzt vergleicht ich habe den orcum man abends jetzt nicht bei der hand den ich absolut misslungen empfinde finde ich dieses gesicht noch immer großartig also ich weiß es nicht genau woran es liegt aber ich finde das toll modelliert die nase die die wangen also ja super super ich gebe zu ich habe das kind nicht verstanden warum eine grüne haut hat also trotz trotz cartoon war mir das glaube ich nicht gleich bewusst dass es eine rüstung ist heute weiß ich es nicht was dazugelernt toll ja also eben im werbemagazin ging es eben darum könnte jetzt die seiten einblenden oder herzeigen ich habe die magazine alle noch wenn ich wenn ich professionellere videos drehen würde könnte ich natürlich diese seiten jetzt auch einblenden ja dazu mangelt es tatsächlich an fähigkeiten und oder an zeit jedenfalls prinz adam stand mit man at arms orco vor castle greyskull mit der sorceress und irgendwann naht dann skeletor mit seinen spießgesellen ich finde es ganz cool dass ich den original skeletor habe umso trauriger macht es mich dass ich natürlich keinen original hemen aufgehoben habe wie dumm kann man sein wie dumm kann man sein das ist eine wahre tragödie also das ist wirklich eine masters of the universe tragödie da hat skeletor sein sein geburtstag als ein geheimes was sind als keldor nein lassen wir das ja es bei core kann man auch mal ein vergleich video machen weil tatsächlich habe ich ja alle varianten und ich kann es nur wiederholen ich habe ja schon mal die die san diego comic con exklusiv variante von club greyskull review ganz kurz in einem anderen video wo natürlich diese stacheln von spycore rudimentärer sind und weniger und eigentlich ja also das ist für mich spycore finde ich auch gelungener als die classics variante kann man gar nicht anders anders sagen ja too bad oder heute weiß man ja dass es zwei figuren also zwei eigenständige charaktere waren die verschmolzen worden sind patrak und tuba oder irgendwie so die dann ja hätten sich ja gewünscht dass doch mal auf einzelkarte also auch getrennt als getrennte charaktere erscheinen ja der da weiß ich noch genau habe ich zu ostern bekommen von einer freundin der familie ja coole coole figur und ich habe ja die version mit dem abgeflachten rücken ich wusste gar nicht dass es da noch eine version gab mit mit einem echten mit einem echten rücken ich fand das als kind immer ein bisschen eigenartig dass er so flach war haptisch war das aber sehr cool und ja eine coole idee also die figur ist wirklich cool ja prinz adam habe ich schon her gezeigt dann kommen wir noch abschließend zu dieser zu diesem bei dieser bei dieser zusammenstellung dieser collection sozusagen zu ninior der kurzfristig bei den origins ja bei den classics ja auch ninja warrior geheißen hat ich gehöre wahrscheinlich zu der minderheit die ninior als äußerst langweilig empfindet ja also natürlich auf ninjas glaube ich ist mit der ende der 80er anfang der 90er jedes kind gestanden insofern nachvollziehbare charakterauswahl aber sonst finde ich ihn wahnsinnig langweilig ja also die ich muss zugeben überraschenderweise bei den origins habe ich ihn noch nicht der ich hole mir tatsächlich also erstens bin ich ein fan von stoff stoff geht für mich immer über plastik auch wenn auch wenn natürlich plastik im einzelfall wie beim neuen prinz adam oder auch bei den classics prinz adam vorteile hat und vielleicht die figur in sich schlüssiger und 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 einen runderen eindruck sozusagen vermittelt ja ist ein bisschen wie bei den alten star wars figuren wo früher vieler stoff war dann weiß wieder aus plastik jetzt ist der ist wieder dann ein stoff gewesen ich glaube mittlerweile im moment ist man glaube ich vom stoff wieder abgekommen stoff ist natürlich teurer in der produktion das ist ja klar ja gibt viele argumente dafür oder dagegen grundsätzlich hat mir das getaugt es gibt natürlich auch heute die sagen naja stoff oder echte haare es hierbei ist hier die die exklusive variante mit den echten haaren das sind dann keine actionfiguren mehr das sind dann echte puppen ja also ich sage mal so meine frau für meine frau sind das alles puppen oder püppchen und also mehr braucht man dazu nicht sagen ja also ich finde das auch jetzt nicht so so schlimm dass man schräg angeschaut wird wenn man vielleicht sowas sammelt der eine sammelt sport wegen also echte sport wegen wenn das portemonnaie ein bisschen größer ist und der andere sammelt eben eine figürchen ja das coole an der variante war natürlich es gab es gibt ja den wechselkopf glaube ich bei den oder war der von schizu von nina bei den classics wollte ich sagen das coole an dem war tatsächlich und das habe ich ein paar mal gemacht so jetzt passt der fokus dass man ihn natürlich seine seine kapuze abziehen kann und ich war natürlich neugierig wer steckt denn da dahinter und wie schaut er aus weil meiner fantasie glaube ich war ich mir nicht sicher ob es nicht schizu ist in verkleidung oder so und was ich glaube ich weiß ich nicht ob das gecheckt habe das kind dass das ja art demonenfüße sind dass er eben kein hundertprozentiger mensch ist so schauen wir mal ganz kurz ob ich ihn entkleiden kann